jo meine freunde willkommen zurück bei plants vs zombies 2 garden warfare und plants vs zombies garden warfare 2 so rum und wir haben post wir checken die mail die ehrlichen feierlichkeiten zum frühlings erwachen haben begonnen schau bis zum 4 april im stickerladen vorbei und hol dir ein kostenloses sticker pack zum frühlings erwachen das pack ist nur für kurze zeit verfügbar und enthält einen besonderen charakter und anpassung für hinterwurf kampfplatz nice stickerladen wir haben ein geschenk ein ostergeschenk frühling like a boss öffnen what 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 eier punch schokohase dr zum bunny die brut des frühlings erwachen kaktus fondue missmutiges vögelchen im all nice cool so zurück und wir haben noch mal post beim helden special kannst du die ganze woche lang zwei helden ausprobieren diese woche wird heißt mit feuer wo sie und captain flammfratzer das sieht schon mal gut aus cool okay wir gehen zurück zur mission hallo dave bot 3000 initiieren begrüßungen 10.098 du bist der besteste besser als der besteste fehler furchtbare begrüßungen löschen nö war cool passt schon alles klar wo haben wir stehen geblieben springen die gräber was hast du gut gemacht kadett du hast die feuerwerkskörper ja der bot 3000 ist stolz und gehört dir dass er ein abzeichen der fehler abzeichen nicht verfügbar nice sieht doch unverwandt an sieht sich unverwandt an weiter was das feuerwerk betrifft drei teile feuerwerk auf einen teil ausgemachte salsa geben ein wirksame anti-zombie mittel initiiere test für fähigkeit 1 kompetenz im umgang mit sprengstoff und salsa testet die zerstörung und anti-zombie kraft des feuerwerks aus mit der salsa wird das schön klebrig aile aile spreng die gräber Das war's für heute. Geh weg, geh weg, geh weg. Die Mocke ist so geil. Meine Energie. Alter. Krieger zerstört, aber beinahe drauf gegangen. Ich brauche Energie. Geh. Da sind dann schon die nächsten Lutscher. Lass meine Energie gründen. Geh. Okay. es ist doch viel zu einfach da ist doch was falsch was kommt der denn her lass uns etwas spaß haben ok wenn er mich so lieb darum bittest es ist eine gute idee hier mitten in die zombiebasis rein zu fliegen So, und nur Haha Rüst und Lärm stoßen alle Zombies ab Oh, das geht zu 0.9 Ihr weg Mama, meine Energie ist am Arsch Meine Energie ist am Arsch Geh weg, du, das kostet dich Guck Das war's für heute. Das Spiel ist so genial Oh shit, oh shit, oh nein, get back, get back Wow, 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 wow Yep Oh yeah Das ist so fett geil, alter, nice Oh man, alter Ihr seid so verstrahlt, geht gar nicht lang Mann, 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 Mann Okay, eine machen wir noch Du hast Staffbar 3000 bewiesen, dass du weißt, wie man Toast macht Okay Toastfehler Du hast Staffbar 3000 bewiesen, dass du das Zeug hast, nicht selbst zum Toast zu werden Okay Das ist so ein Fortschritt Hier wurde das Abzeichen der Abzeichenprüfung Nettigkeit verliehen Okay Spreng die Gräber Und dann hier Hier wurde ein Portalkugel verliehen Platziere sie auf ein belieben Objekt, auf das Portalkugeln passen Okay Zum Beispiel auf einen Kugeln-Podcast Okay Wer weiß, was da passiert mit Fingern herumfäschel Fehler, keine Finger vorhanden Sieh dich schon verwandern Kugeln sind großartig Wo war'n das? Hier irgendwo Wo war'n das? Wo war'n das? Wo war'n das? Wie lang? Ich glaube, ja Nee, wir wollen nicht raus Hier lang, genau Eine Kugel haben wir, glaube ich, schon Nein? Ja, vielleicht Und jetzt Wie durch, oder was? Ah, da bist du ja endlich Sprichst du mit deinem Spiegelbild? Ich wurde beauftragt, dich in die Arbeit der Als Leaf-Agenten einzuweisen, okay? Aber ich fürchte, du bist vielleicht Noch nicht so weit Doch, das wirst du noch früh genug sein, schätze ich Aha, okay Alles klar, wir kriegen bei jedem Alles klar, Zitrone, Mais und Rose Wir sind hier bei Rose gerade Der zuckersüße Zauberstab Ich hatte eine Vision eines Zauberstabs mit unglaublicher Macht Er könnte in den kommenden Schlachten vernutzen sein Der Zauberstab, den ich meine, nennt sich zuckersüßer Zauberstab Wie ich gehört habe, ist der Äonenalt Er befindet sich in den Clown eines Vampir-Zombies Aber der ist so dumm, dass er gar nicht um die wahre Macht des Stabs weiß Begib dich an den Ort namens Kolosseum Ich schaffe den Stab und bringe ihn mir Damit ich ihn eingehen, das studieren kann Okay Mission Accepted Aber das machen wir nicht mit ihr Wir nehmen irgendjemanden Mit ihmchen Was ist das? Das ist der giftige Gifterbse Nehmen wir auch mit Und Haben wir noch einen Favo Wo ist denn dieser Erbsen-Konone Erbsen-Agent Gesetzes-Erbse Plasma-Erbse Oh, meine Erbsen-Länge Die drei miesesten Erbsen, die es gibt Er ist da Was ist denn das? Bar-Dies, kommt her Es geht los Das muss jetzt klappen Der türkische Baron muss irgendwo sein Okay Okay Die Jungs haben das hier gut im Griff, wie ich schätze. Alles klar meine Freunde, wir sind am Start, ziemlich smart, Heilung, Heilung, der Zauberstab ist nah, ich spüre seine Macht, eine riesige Welle nähert sich, okay, eine riesige. No, 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 no. Noch jemand hier, kommt her, kommt her, oh. Läuft, läuft, läuft. Ich mache euch alle Platz, da fehlen noch ein paar, irgendwo fehlen noch ein paar, wo habt ihr die? Da kommen sie. Autsch. Da kommt er. Noch einer. Fehlen immer noch welche. Ich werde hier auf jeden Fall nicht weggehen. Oh, Toilettenzombie, Unkull. Ich werde hier. Hallo, umpfeilen. Du, jetzt. Alter, verweiter. Immer noch einer. Oh, Mann. Nächste Welle. Es geht, es geht, es geht. Es ist machbar. Der Baron ist nicht weit. Ich spüre es. Hast du vorhin schon erzählt? Auftrags-Bosswelle. Okay, da kommt er. Toll und auf. Okay. Heilpflanze, Heilpflanze Oh, das sieht gar nicht gut aus Wow, das sieht aus Was ist das? Und die kommen von allen Seiten auch noch. Die werden wir jetzt nicht schaffen. Ich muss hier weg. Wir nehmen unseren Garten auseinander. Okay, hello. Habe cool. Okay. Warum zur Hölle? Lädt er seine Energie wieder auf Du stinker, Alter Du musst sterben Du musst sterben, du Drecksvampir Stürb doch Stürb doch Stürb jetzt Au, 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 au Stopp jetzt Stopp jetzt Stopp jetzt Stopp jetzt Komm, tu mir den Gefallen Nur einmal ganz kurz sterben Ja, wir schaffen es Yay Alter Boah Du bist ja mal richtig zäh gewesen Man, du stinker Du Krass Alter Uiuiui Holger Drück schon mal drauf Krass Zer Masse Miese Brise gucken was die tante noch hat ich gehe wieder zurück wir beenden die aufnahme aber zieht euch mal liebevoll gestaltete charakter design level an also geniales game und das war's für heute meine freunde von iljazz players vs zombies gun warfare 2 schaltet wieder ein bis zum nächsten mal bewerten vielleicht was dazu schreiben wie ihr es findet kommentieren liken wie auch immer ich will nicht betteln aber ich tue es gerade aber ist mir egal haut da rein ihr seid die besten ich bin hier raus